Alles ok? Ich kann nicht schlafen. Woran das so liegt? Na du nervst, ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Soll ich dir einen Tee kochen? Fick dich! Fick dich! Wie redest du mit mir? Anfangen hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal halt so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders. Am besten wär's, du schicktest selbst nen Mann mit gutem Ruf, der dein Vertrauen hat und unparteiisch ist hineinzuleuchten in diesen dunklen Rattenkönig. Frieden und Glocken, was man wünschen kann. Keine Kajanla! Das hook. Bis zum nächsten Mal.